hallo und herzlich willkommen ich bin es wieder atom tv es gibt endlich mal wieder ein video fand ich ein paar leute wundert warum gerade keine videos kam ich bin seit zweieinhalb wochen mega stark erkältet ja dementsprechend auch gar nicht unterwegs heute war ich mal ausnahmsweise wieder unterwegs weine beim mai für 24 haben wir da ein bisschen was geholt zeige ich euch natürlich jetzt ja und dann würde ich einfach mal sagen viel spaß beim heutigen video heute wurde auch ein bisschen trainiert und so kommt alles im video jetzt erst mal ein kaffee und dann zeige ich euch weil ich so eingekauft habe und es ist ja fast tradition die süße meli darf nicht fehlen ja fein im haus zeige ich euch mal was ich so geholt habe und zwar wollte ich mal er erst testen immer eine gute sache mojito geschmack von peak werde ich mir auf jeden fall mal gönnen einfach mal zum testen ja da wird sich dann schön reingekloppt beim letzten mal hatte ich ja den hier der auch tatsächlich sehr gut ist ne also kann mich nicht beschweren und ich wollte einfach mal einen anderen anderen testen ihr wisst ja ich teste einfach mal ein bisschen ne was ist so gut naja gucken wir mal ne jetzt erst mal einen kaffee und gleich wird trainiert und jetzt wird sich erstmal richtig chillig in kappen können ja moin und kauf mir merch abonniere So, schön eine Tasse Booster gemacht, der wird sich jetzt gleich gegönnt und dann geht's ab auf dem Speicher trainieren, Leute. Immer schön eine halbe Stunde vor dem Training und dann haut's auch ordentlich rein. So Leute, ich werde mich jetzt mal ein bisschen aufwärmen, also ich werde jetzt trainieren. Also Pumpe, Booster, haut schon ordentlich rein, das merkt man ja schon mal ein bisschen. Wie gesagt, werde mich jetzt ein bisschen aufwärmen, filmen wir euch dann ein bisschen mal vom Training und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. All, guck mal vom Training und dann interessant. so leute bin quasi mit dem aufwärmen mehr oder weniger fertig werde es noch ein bisschen weiter trainieren und wir sehen uns dann gleich wieder leute wir sehen uns dann gleich wieder leute wir sehen uns dann gleich wieder leute und tschüss 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 tschüss